Hallo, liebe Deutschlerner! Heute bin ich wieder auf einem Dach in Saigon und ich möchte die Aussicht mit dir teilen. Sieht sehr herrlich aus hier. Es gibt sehr viel Grün hier. Die Sonne geht gerade unter, wie ihr vielleicht seht, an dem Licht. Und ja, hier ist sehr viel Natur. Die Leute sind sehr beschäftigt. Und ja, ich filme mal ein bisschen. Ihr wolltet ja sehr viel wissen über Vietnam und als ich das letzte Mal in Vietnam war, habe ich nicht so viel von der Stadt gefilmt und deswegen möchte ich jetzt einmal die Gelegenheit nutzen, um euch viel zu zeigen. Hier ist noch mehr. Ah, schau mal das Haus, wie schön das alles aussieht. Sehr modern alles hier. Sehr modern. Ja, ich bin in einer sehr modernen Gegend der Stadt. Es gibt mehrere Viertel. Und ich bin in einem Viertel namens Taodian, das sehr modern ist. Ja. Hier sind auch Hochhäuser. Ja, das nennt man Hochhäuser. Sehr, sehr große Gebäude. Ja. Hochhäuser. Hier ist der Sonnenuntergang. Ja. Herrlich, oder? Einfach herrlich. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.